Hallo zusammen, ich habe hier eine Kompressor Kühlbox mit dem Dampfer Second Kompressor und da gibt es eine massive Änderung, wir werden diese Box nicht mehr haben. Wir haben jetzt noch Lagerbestände in Deutschland, ab Deutschland ist sie noch lieferbar, in der Schweiz ist sie nicht mehr lieferbar, da ist sie jetzt mittlerweile ausverkauft, aber in Deutschland, das handelt sich noch wirklich um Kleinmengen, das ist diese Box, die B20P. Wir werden einen Ersatz erhalten, nur zum aktuellen Zeitpunkt schwimmt dieser Container, die Box oder diese und der Nachfolger kommen aus China, die Nachfolgerbox schwimmt momentan vor Frankreich in einem Container auf einem Schiff, das geht jetzt wahrscheinlich nur um die drei Wochen, bis der dann definitiv bei uns ist und wir das Nachfolgemodell anbieten können. Wir haben ja auch eine gleiche Kühlbox, die so viel höher ist, da gehen auch die 1,5 Liter Flaschen rein, diese Box ist noch weiter verfügbar, aber auch da kriegen wir dann einen Ersatz, da bringe ich euch sicher ein Video drüber, sobald ich die neue Box lieferfähig habe und das soll es gewesen sein, das ist oder war eine relativ einfache Kühlbox mit dem Sackgob-Kompressor drin, energietechnisch war sie A++, die neue wird in Zukunft ohne Label kommen, weil EU-Gesetze, und ich wünsche euch somit einen schönen Tag.